Musik 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 Uuuh uhhhh I fliegt vorne jetzt herüber 1 4 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 Können wir die dann konkrete Ausnahmen kommen? Na klar. Dann ist zumindest der Bereich frei. Die restlichen Dinge müssen auch kontrolliert werden, komm. Ich bin froh und dankbar, dass eben die Einsatzkräfte ihr Bestes gegeben haben und ich kann jetzt feststellen, dass bis auf zwei kleine Nebenstraßen, alle Straßen wieder befahrbar sind. Aber das genaue Ausmaß, der Umfang der Schäden werden wir erst morgen, übermorgen feststellen können. Denn es waren doch verschiedene Festmeter, die umgegangen sind und im Zusammenblick mit dem Forst werden wir da am nächsten Tag mehr berichten können. Im Hinblick auf das Ausmaß der Schäden gilt es aber festzustellen und einen großen Dank auszusprechen für die Rettungs- und Feuerwehrkräfte, dass eben alle gesund und munter wieder eingetroffen sind und berichteten von ihren Einsätzen, so dass wir guter Dinge sind, dass wir für die nächsten Einsätze auch wieder gewappnet sind. Ach ja... Ach ... Ach ja ... Ohhhh ... Ach... 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 Vielen Dank.